Wer Gott liebt, heißt er im ersten Johannesbrief, der ist ohne Angst. Aber wir können auch unsere Sorge äußern, wie es mit dem Glauben weitergeht in einer säkularisierten Welt. Die Kirche ist ja, nämlich alle Gläubigen, gesandt zu den Menschen, um das Evangelium zu verkünden, dass durch den Glauben die Menschen die Wahrheit in Gott finden, die Wahrheit ihres Lebens. Und ein guter Hirn ist besorgt um jeden und beglückt sich nicht nur einfach mit denen, die da sind.